Stabila präsentiert den neuen Rotationslaser LAR350, der mit seiner bahnbrechenden Technologie ihre Arbeitsweise revolutionieren wird. Ein extrem robuster Zweiachsen-Neigungslaser Made in Germany, der alle ihre Messaufgaben einfacher, schneller und effektiver macht. Die innovative Motion Control Fernbedienung des LAR350 mit eingebautem Bewegungssensor registriert jede Drehung ihrer Hand und überträgt diese mit Infrarot-Technologie in einer Distanz von bis zu 20 Meter an den Laser. Mit der Motion Control Fernbedienung können Sie mehrere Funktionen präzise steuern. Und dank des innovativen LED-Assist-Systems erhalten Sie gleichzeitig auch ein visuelles Feedback des Lasers. Sie wollen den rotierenden Laserstrahl auf einen bestimmten Bereich begrenzen? Mit dem Section-Modus des LAR350 kein Problem. Mit der Fernbedienung stellen Sie individuell Größe und Position ein. Kein unbeabsichtigtes Blenden von Dritten, keine gegenseitige Behinderung beim Einsatz mehrerer Laser. Welche Messarbeiten auch immer anstehen, der neue LAR350 in Kombination mit dem leistungsfähigen Receiver kann alle Aufgaben präzise in einem Arbeitsbereich von 800 Meter Durchmesser lösen. Und die Robustheit? Keine Sorge, das stabiler Protektor-System schützt den Laser selbst aus seiner Fallhöhe von 1,80 Meter. Einfach wieder aufstellen, einschalten und mit der gleichen Präzision wie zuvor weiterarbeiten. Und natürlich ist er auch wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP65. Auch Neigungen sind schnell einzustellen. Mithilfe der Fernbedienung können Sie die Laserebene manuell in beiden Achsen bis zu 5 Grad neigen. Der neue Stabila LAR350. Präzise, robust, für Bestleistungen am Bau. Stabila. So messen echte Profis.